Hier ist das einzige Überzug-Tutorial am Kabelzug, das du dir anschauen musst. Erstens, hänge das Seil in den Karabiner und stelle den Kabelzug ganz nach oben. Zweitens, greife das Seil und gehe so weit nach hinten, dass bei ausgestreckten Armen das Seil unter Spannung ist. Drittens, ziehe nun kontrolliert deine Arme leicht angewinkelt zu dir her. Viertens, halte die Kontraktion kurz, um das Feeling im Latissimus zu maximieren. Achte bei Überzügen immer darauf, deinen Arm leicht angewinkelt zu halten, sowie im aktiven Bewegungsradius zu trainieren. Hast du Probleme, deinen Latissimus zu spüren, dann solltest du diese drei Fehler vermeiden. Erstens, du streckst die Arme komplett durch und trainierst in einem zu großen Bewegungsradius. Zweitens, du lässt deine Arme nicht angewinkelt, sondern führst eine Trizeps-Extension gegen Ende der Bewegung aus. Drittens, du verwendest zu viel Gewicht und trainierst mit viel zu viel Schwung am Latissimus vorbei. Um den Latissimus perfekt zu treffen, lasse deine Arme leicht angewinkelt und baue eine kürze Pause an den Umkehrpunkten der Bewegung ein. So kann bei Überzügen nichts mehr schief gehen und für mehr Gains folge mir.